Wie wichtig ist die Vielfältigkeit und der Artenreichtum eines Waldes? Um diese Frage zu beantworten, hat sich ein internationales Forscherteam zusammengetan. Gemeinsam legen sie Wälder unterschiedlicher Vielfalt und Komplexität an. Wir befinden uns nun tatsächlich an der Stelle, an der dieses Experiment durchgeführt wird. Das ist also der Ort dafür. Und hinter mir sehen Sie auch, dass alles für einen der weltweit größten Biodiversitätsversuche dieser Art bereit ist. Auf einer gigantischen Fläche von über 50 Hektar mit 96 verschiedenen Pflanzenarten und mehr als 300.000 Bäumen und Sträuchern beobachten die Forscher das Entstehen und die Funktionsweise dieser neuen Wälder. Ein einzigartiges Forschungsprojekt, das größte Biodiversitätsexperiment der Welt.